13 weitere städtische Gebäude werden derzeit mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Pro Jahr sollen diese 890.000 Kilowattstunden Strom erzeugen, selbstverständlich klimaneutral. Rund 350 Tonnen CO2 werden dadurch eingespart. Ausgerüstet werden unter anderem die Feuerwache, die Stadthalle, die Anton-Braun-Schule in Möhringen, der Neubau-Teil des Rathauses und die Nendinger Donauhallen. Zuvor hatte die Stadt sämtliche städtische Gebäude daraufhin untersucht, ob sie sich für die Solarstromerzeugung eignen. Alles in allem investiert die Stadt hier rund 1,1 Millionen Euro in den Klimaschutz. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!